hey leute alles klar wieder da ich habe jetzt ein bisschen hektik gehabt haben lange das until dawn mit kamen zusammen hat spaß gemacht und nächsten samstag geht es weiter ja jetzt sind wir weiter mit dem xpn 3 um 9 uhr also ein bisschen hektisch heute aber es hat doch geklappt ja und legt man die besten leilung ist gar nicht groß rum schwabbeln und machen wir weiter viel spaß dabei man direkt an der stelle weitere letzte woche aufgehört haben und gut naja übrigens das war das erste mal dass wir twitch bisschen probleme gemacht haben es ist ein bisschen was wir haben ja 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 ね ja 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 das war ja ja kann den Max mit der Bart Flex da hat er auch noch Haare da habe ich keine Zeit, na klar hast du da Zeit, die kommen ja bis jetzt nicht da wohnt sie die Distanz ist eine Mordsverschwendung von den Munition so gut you could get whatever party favor you want it on this vessel apotheker 100 schmerzmittel nehmen ein bisschen der abstand verkürzen nur einer dem lag Oh, Scheiße. Blöde Stelle, Ejo. Jetzt habe ich ihn. Und vor allem weiß ich nicht, wo der hinzieht. Das hieß schon halt Scheiße. Oh, nee, da reingehen, die Idioten. Oh, nein, das geht jetzt. Komm hoch, du. Er hat gerade die Birne hochgestreckt, ein bisschen nur. Wie geil. Und da noch mal einer, sag mal, mit dämlichem sind da. Ich guck auch schon so. Ich guck auch echt schon so raus, du. Ja, ob da. Was sag du? Was? Da ist ein Lieder. Vabalos. Vabalos. Buhl-Shit. Der Buhl-Shit. Goddamit. Okay. Lass mal schauen, dass hier abgeht. Oh, guck mal, ein großer Revolver. Boah, ist der geil. Da geht halt richtig was, gell. Aber. Die sind halt praktischer. Deswegen werden heutzutage Revolver eigentlich nur noch für Sportschützen oder als bei Jägern nehmen die auch noch für den Fangschuss. Aber als Dienstwaffe nimmt es eigentlich keiner mehr. Eine 5. Quattroden. Die radio. Vielleicht kann ich ein SOS geben. Ein SOS. Ich verstehe. Piratis. Was? 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 Jetzt wo hat er hinguckt weißt, das sieht man halt nicht, welche Richtung hat es hier irgendwo Meili-Päckchen, da steht nur der Shampoos rum Hmm The need to get out of the boats hull and up or deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker I had to move carefully Was ist das? Was ist der Fall? Bisschen Die haben wir nicht, die Seite ist Oh, Quasi, ayúdenme! Der Feuer war in der Raum. Ich wusste nicht, ob ich mich verletzt wurde, als ich da rausgebracht habe. Ich brauchte noch ein gulp von freshem Luft bevor ich sterbe. Es war wie die Neufe für ein Wack-up-Whiskey nach einem 2-Days-Bender. Wie zu verletzen die Fügel-Feeds? Geh, Max. Geh, Max. Geh, Max. Das ist super. Was ist los? Ich hab keine Ahnung. Das ist ja nix. Was soll ich da raus? Verdammt. Der Tod zeigt er. Bleh. Das ist ein Hügel. Das ist es nicht so. Das ist ein Hügel. Das ist das nicht so. Das ist das nicht so. Es ist wie die Neue für ein Wake-up-Whisperer nach einem 2-Jährigen-Bender. Wie zu schließen die Führungskraft? Geh, Max! Wo soll man hinschießen? Führung? Irgendwas Führung? Oh, Mann, äh... Keine Ahnung, verdammt, hier geht nix. Du musst das machen! Ja, ich weiß nicht, was ich machen wollte, verdammte Kacke. Schuss, schieß es runter, was soll ich runterschießen? Oh, Nerfe! Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, wer schießt denn da? Oh, unglaublich. Guck mal, wie lecker der hat schon. Der schießt immer nach oben. Ja, ich weiß nicht. How to shut off the fuel feeds? Move, Max. Hier oder was? Drehstoffzufuhr abstellen. You have to do this. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie, ich rede hier. Oh Mann. Ha, guck mal an, ey. Oh, hier bin ich Niveau. Ja, okay. Was ist das für ein Scheiß? Lieber nochmal. Lieber nochmal anfangen da. Jetzt kommt bald wieder einer rum, oder? Was ist denn das, ey? Okay. Da. Hmm, breathing in. Jetzt kann die Böke zurückkommen zu spüren wie Suntan Oil, Stale Margaritas und Grede. Ja. Ja. Na, du hast du... Ich mein... Ich will da viel Leben weg. So ein Arschböller. Wo kommen die her? Haben die das Schiff geändert, he? Die Sacknäßen. Zier was. Die Kanäle. Wir können nach der Schiff gehalten, während ich rausgelegt habe, und ich würde es nicht bemerken. Während ich in der Welt war, einige meiner Schiff-Mate waren nur schief. Where had they taken them? Guck mal, ich hab die Fresse an, du. Du nütz. Es war eine andere Szene, als die, die ich davon abgeholt habe. Wo war jeder? Ich wusste noch nicht, was da passiert. Das nervt mich immer, weil man nicht weiß, ob das eine Videosequenz ist oder nicht. Vielleicht nicht immer jede Türe. Eigentlich darf man nicht reingehen, bevor man die Räume durchsucht hat. Aber ich mach sie immer wieder. Okay. Das nützt dir so blöd. Blasen weg. Blasen zurück. Blasen auf. Blasen. Blasen. wo ich lesen wollte sagt er keine zeit dafür jetzt habe ich es nicht gelesen das ist so eine scheiße das fehlt halt immer alles in der kompletten sache das ist wie der nüchste fuhren ist ja das ist alles wie der nüchste fuhren ist jetzt haben alle revolver kein wunder sind die so unterlegen hier liegt immer eine kleine mp und die kann ich nicht nehmen die auch nicht hier hat es manchmal medis in scheißhäusern aber hier ist nix daphne bernstein a recent divorcees make the most of her considered you send marcella was making the most of her i didn't i don't want to think about it das war der blöde pass und noch einer tatsächlich du ich habe es mir doch fast dachte echt ey so eine kacke solche wichser er wird pulver drehen sein wird irgendwas pulver sein zwischen den wänden oder so ich doch nahe kuba und so das scheint auch eine alarmenlage scheiße echt mit dem zustand wo ich hier gerade bin wo steht er wieder auf ey das gibt's doch was weiß ich wieviel schützen meine fresse die mich sieht er auf wie die goes die mich sieht er auf wie die goes mit dem zustand wo man eigen will ist kontakt 7 Da steht er schon wieder auf und die Schuss hat er schon abgekriegt, gell, als gibt es doch nicht, oder? Schmeißt er was, oder wie? Ich weiß immer nicht, ob die wieder hochsteigen. Guck, da ist auch so eine Sack. Da hinten war mehr oder so eine Säcke. Dann kommt er noch ein bisschen entglasen. Ja, ja, was? Was ist da mit dir? Was ist da mit dir? Oh, da hinten sind noch alle oben drüber, okay? Ich bin auf einer Schuss in einer Schuss in einer Schuss. Das ganze Ding creeped mir die hell aus. Ja, das ist doch eine Schuss. W Atlantere ist um die Schuss zu kümmern. Ich bin auf einer Schuss, der Schuss und der Schuss. Dann geht es einfach weiter. ein Painkiller. Oder zwei. Da ist einer. Was für ein Knallkopf, oder? Der legt immer hin, Mann, du dumm Kopf, ehrlich. Dann bleibt liegen, dann bleibt nicht liegen. Wenn ich mich bewegt, dann ist der gleich wieder umgestellt. Was für ein Knallkopf. Was für ein Knallkopf. Was für ein Knallkopf. Aber sie sicher als shit fühlten sich gut. Oh, das ist gut. Wir haben die Heli hier. wo kommt denn der jetzt wieder her das ist echt ein witzig ja dass der nicht kriechen kann das ist zu blöd zum kriechen man steht sofort auf wenn ich nur eine bewegung nach rechts links oder vor zurück mache wo maxi es macht denn der auch schon wieder naja genau im moment wo der typ hoch fliegt, fliegt er auch Daphnes ship was always stocked du mein idiot fliegt da rum oder so Toll oder so Das war's für heute. Aber das ist okay, nur mann. Achso, dumm Lack. So ein dumm Lack, echt. Die Piraten würden nicht alles bekommen. Alter, Alter! Es ist ein Bier vor! Ich brauche Hilfe! Du bist schützt! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Puta, Frau! In diesem System muss ich denn die Kräfte kommen. Ihr seid meine Mann! Ich bin der Mann! Ihr seid oben, ihr seid oben... Ihr seid oben. Fadal, du hast gewonnen! Was so gut? Ah nee, Mann. Ah, der steht ja wieder auf, da, oder? Oh, der steht. Oh, immer fängt es an, wieder von Neun her, oder? Immer fängt es wieder von Neun her an, so ein Scheiß her. Kohle ist auch keine mehr im Safe. Und eine schlechte Beobachtung. Vielleicht hätte ich nicht so schlecht gewollt. Hey, Passos! An der Zeit habe ich nicht zu viel über das Thema gedacht. Ich habe nicht zu viel über nichts gedacht. Jetzt, ich erinnere mich, es sah nicht so sehr komisch. Was ist ihr Name? Daphne? Ich mache was, was du denkst? Ich denke, es ist besser, dass wir versuchen, sie zu finden. Ja, okay, los geht's. Ja. Schöne schmierige Krokesnase. Ich dachte nicht, Passos wäre ein schlechter Typ. Er musste nicht versuchen, diese Frau oder die Kruppe zu retten. Durch hier. Ich wusste, du kennst dich deinen Weg rundherum. Wir benutzen diese Gebäude, wenn wir über den Kanal entfernen. Geil, du kannst dich rund umblasen, oder? Anderle! Komm, wir werden sie holen, wir holen sie! Ja, Töne! Der Kopf der Torre, Mann! Es war ein Kumpel aus dem Truck neben mir. Es wäre mir lecker, wenn du es aufhörst werfen sie es zünden. Komm mal. Meine Verpflichtung war lösisch, aber meine Hand war ständig. Geil, ich tippte ja gerade, während er an die Bahn rübergefahren ist. Ich erwischt. Oh, noch mal einen. Im Fall noch mal drei Schuss. So muss das sein. So muss das sein. Komm, noch mal so ein Freaks. There's got to be a reason why they're going across the canal. Das ist ein Profesional Soldat. Ah! Wie was macht denn der Idiot? Ah, der war das andere besser, du. Ich guck mal, wir gehen jetzt mit dem Ding. Was für den Kackpum? Ich guck mal, ich guck mal. Oh There's some equipment in the truck next to me it'd be a shame to see it go to waste Come on You're drunk and you're being an idiot Come on Come on, I don't know how much time we have Go 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 We can't let the taker This shit is fucked up Oh Wow Hmm, witz, oder? Und die Kugeln, die auflegen, ja, schön geil Oh meine Fresse, der macht halt auch nicht das, was er soll, gell. Naja, aber ist nicht schlimm. Da war ein Werkzeug in der Trunk neben mir, es wäre ein Schade zu sehen, 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 aber meine Hand war steig. Hm. Musik Es muss ein Grund sein, warum sie durch den Kanal gehen müssen. Pfeu! Cabruns, du! ein mp5 ich weiß nicht was ich wollte ein kinklub und kinklub ich war ein Cabaret schreit was in front war leichter als zu kommen mit dieser realität Nö, no, fah! Oh ne, oder? Schon wieder scheiss Videosequenzen. Schieße ihn doch runter. Oh ne, gringo loco! Oh ne, gringo! 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 So do. It was nice to see a friendly face in Panama. Nix. Ja, keine. Painkillers. Ja, erschrocken. No I don't go. But you're going to die. I'm sorry. I'm sorry. You're welcome. Der Mann! Der Mann! Du wirst ein Barschungslager sein! Niemand hat ihn gegetragen! Die Branche! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So was ne, hier ist auch nix. Hier ist ein Kino. Hüble, ¡ahora! Hey, ¿quién me cubre? No, 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 no. ¡Demato! ¡Me oye! ¡Demato! ¡Me oye! ¡No, no, no, no! ¡Másaco! ¡Jesús Christ! ¡Másaco! 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 No, no, no! ¡Másaco! 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 Ich weiß nicht, Peter. Wer glaubt ihr euch? Ich weiß nicht. Ich habe gesagt, dass es Menschen, die Daphne Bernstein nicht liebte. Was über eine ungewöhnliche Gewöhnung. Ihr Ex-Water arbeitet auf Wall Street. Du glaubt ihr, dass er leichter Zugang zu Venomänen und Todesquads? Ich weiß nicht, dass ich das wirklich nicht gedacht habe. Wir haben etwas geglaubt, nicht wahr? Nein, nein, nein. Ich meine, ich wusste nicht, es wusste nicht. Ich wusste nicht viel über das, aber ja. Ich wusste nicht, Marcelo kam mit etwas. Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen, bis wir in Brasilien, eine Woche oder so später. Ich glaube, es war Geld. Ich glaube, Marcelo und Victor haben einen freundlichen Banker da in Panama. Ihr kleine Kreuz war, um ihm zu verdienen. Denn dort ist es leichter zu verlassen. Aber ich dachte, die Broncos waren riecht. Rodrigo war riecht. Die anderen auch. Sie leben gut, aber sie haben nicht wirklich Geld. Die Kampagne von Victor wurden immer finanziert von seinem Bruder. Das ist der Weg zwischen bestimmten Riechtfamilien. Der Kampagne ist der Kampagne. Der Kampagne ist der Kampagne. Er bekommt alles. Die anderen zwei nicht so viel. Und jetzt ist Rodrigo tot. Genau. Und Marcelo, auch. Das ist eine verrückte Tragedie für Victor. Ein Mann, der auf eine Verkaufung der Verkaufung. Ihr wisst, seine Bruder haben beide getötet. Der Kampagne ist der Kampagne. Ein wahrer Patriot. Was über Marcelo? Marcelo? Marcelo war ein Idiot. War das wahr, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er es möglich sein könnte. Aber ich glaube, in ein anderes Schema. Ein anderes Bullshit. Whatever das Geld war. Victor könnte ihn mit etwas zu tun. Ich weiß noch nicht. Und Passos? Passos ist ein ex-Bum. Er ist in Amerika. Er ist in Sao Paulo. Er hat mehr Geld und mehr Poverty, als seine kleine kleine Hände. Du denkst, die Leute wie das nicht werden können? Nein, aber wenn... Aber nichts. Er ist wahrscheinlich nicht ein schlechtes Mann. Er ist nur ein Mann, in der Kräste von einer sehr riche Familie. Was für mich? Du? Du bist der Fall-Guy. Der Amerikaner. Er läuft, wie der Aktion-Heroin. Er hat viele Leute. Du bist ein Genie. Das ist nicht so, wie es ist. Du bist ein wunderschön Ex-Cop. Du bist in einer Barre, mit einer historie von violence- und einer historie von schlechtempern. Du bist perfekt. Me und Passos waren zusammen mit der Akademie. Du bist? Ich weiß nicht! Okay, lass uns fahren, Max. Willst du etwas gut machen? Willst du dich getötet in eine gute cause? Und ich brauche, dass du etwas ausprobieren kannst. Wie? Das incidente in der Favela heute. Einige meine Officers sagen, ein Bus drove off some captives. Es war. Ich sah es. Aber keine captives waren. Sie haben wahrscheinlich ihn auf die Paramiliterer Death Squad. Die, uh... Cachapreto? Right. Max. Sie sehen, das Gebäude da? Imperial Palace Hotel. Ja, das ist das. Die Leute gehen da. In großen Gruppen. Under Arm-Guard. Aber es ist keine Polizei. Und niemand kommt da. Da. Was? 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 Du schaust das? Was? Was? Ich wollte mich in der Presidenziertel-Suite besuchen, so bin ich nach dem Basement. Ich war nicht zu sehr froh über die Akustik in diesem Ort. Ein paar Gunschotzen würde ich in hier mit einer Verdammt Marching-Band gehen. Hm-hm. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Either those guys wheeled their trash out on stretchers or something was seriously wrong here. When you find yourself in hell, dance with the devil. The Imperial Palace Hotel was a five-star bonafide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bagload. Maybe the service would be better upstairs. I'm listening to you to complain. Oh, 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 oh. Look at what? Stop with your stupidity. Stop by complaining. Put things up and ready. There's someone here! There's a gun! Don't kill me! You have the minimum! You're here! You're here! Get the monster! Get the monster! Oh, shit. I don't have a face anymore. Don't kill me! Was soll ich eigentlich vermeiden, ey, dass du zum Alarm da reingehen? Was soll ich das? 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 Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Passos' ID card. It was no great surprise, he'd made their hit list, but to discover he was really Colombian? No wonder some locals seem to laugh at his accent. What else had he lied to me about? Da Silva and I had the same fan club. I knew enough, and he knew too much. We'd both become targets. I knew too much. I knew too much. I knew too much. If I'd thought about this too much, I'd never get through it. I needed to find a way upstairs. Surely nobody would notice another hole in the wall. I knew too much. I knew too much. Oh ne, falscher Button. Oh, was ist der falsche Button? Hier keine Pistole. I knew this thing was bigger than me, bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture, like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees, a bad caricature of a better man. Ufe, that deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the crush of Predo. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Hmm. I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go. Go. Quick. I said get... Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was, De Silva had sent me into. I knew I had to put an end to it. This is Errano. He is the Shinken. I had no choice but to push on. I didn't understand everything. And I never would. But I understood enough. Sometimes it's not a problem. Let's attack on the simple solution. Tatsächlich Jonas. Darby ja wieder net, oder? Tatsächlich! Ah. Shotgun. I don't know what I've ever seen. I don't know what I've ever seen. I don't know what I've ever seen. Da ist wieder so ein Wichser aufgestanden. Das gibt es doch gar nicht, oder? Ich bin ein Wichser aufgestanden. Es glaub ich nicht, doch, doch hey. Ich dachte, da liegt eine Pistole, du, echt. Ich dachte, da liegt eine Pistole. Was ist das Bedeutung? Versteh mich. Es geht um? Ich bin. 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 ... Boah, Junge, da ist nichts drin, doch. Komplett leer, das scheiß Ding. Oh, schmuck. Oh, schmuck, garo. Oh, schmuck. Oh, schmuck, los da apreditar. Was ist das? Unglaublich, oder? Das gibt es doch gar nicht, ey. Fünf, zehn Schuss, jäuble ein Schatz. Schauke. Das war's für heute. Ich weiß nicht! Oh, was macht ihr immer? Mann, das fresse ich du. Oh, was macht ihr? Oh, was macht ihr? Oh, Mann, take this thing doch echt, ey. Oh, was macht ihr? Oh, was macht ihr? Oh, was macht ihr? Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ich bin hier! Ich bin tot! Das war Hell auf der Erde. De Silva war kein Mensch. Ich hätte auch auf den Sunset gehen können, wenn ich ihn wäre. Aber ich bin zu weit entfernt. Bo-tal. Ich habe noch nie geglaubt. Ich brauchte etwas, um mich zu gehen. Ich bin zu weit entfernt, eh? Ich bin zu weit entfernt, eh? Ich bin zu weit entfernt, aber ich bin zu weit entfernt, eh? Das von mir gehört. Das war die Soundtrack für meine Leben. Und für wenige Sekunden kam Harmonie. Endlich. Nee, boah. Die werden bestimmt für Organhandel. Guck mal den an. Wie viel du willst? Was hast du gemacht? Ich bin ein Doktor. Ich helfe Menschen. Was hast du gemacht? Es ist leicht für dich. Schöne ich mich nicht mehr an. Ich weiß, die Leute. Sie werden Sie töten. Ich kann Sie helfen. Ich kann Sie helfen. Trust in mir. Bitte, bitte. Was hast du gemacht? Ich habe viel Geld. Schau. Schau. Viele Geld. Ich mache wichtiges Forschens. Bitte. Caralho! Não, não... Caralho! Espera, espera, eu posso explicar tudo, tudinho! Não, não, por favor, pelo amor de Deus, por favor, não me mata! Não, não, pelo amor de Deus! E aí, Toto! E aí, Toto! Por tudo que Serrano me devia, ele pagou o suficiente. Por agora, eu tinha mais dinheiro para chamar. E aí, Toto! 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 No weapon parts at all. Was hier? Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Call it evidence for Da Silva. Either Victor, Bronco, and Nevis were doing a lot of charity work together, or this was payment for something else. With a crush of Predo in Victor's pocket, had he tipped them off about the stadium exchange? I had to hurry up before more of those assholes showed up. Oh, wow. . . Okay. 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 I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. You solved this? I don't see. Who goes out of this place, this guy is dead. I don't know. 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 It was time to see what VIP treatment awaited me on the penthouse floor. Hmm. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Look at Barry Oh, I would like to take this thing with me But it's pretty useless In the close combat That's the problem Oh, it hurts It hurts my heart It's real Leave that thing behind Go, 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 go You're going to die Go, go, go Go, go, go Damn it Damn it Any time I bought It'd been going real cheap If I was going to plant the rest of those explosives I had to do it now Can't believe it Can't believe Untertitelung. BR 2018 So stupid It seemed a shame to waste the rest of the C4 Damn it It's also a shame to waste a nice rifle I had one chance to do this right I had to focus Mmm That was the last of the explosives I just hoped it was enough to bring down the building And all the evil in it Who wants to take a shot You see what this is Come on, anybody Wanna be a hero I got nothing to lose Let's do it What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wonder what my problem is? You're turning humans into glue That's what my fucking problem is I don't know what you're talking about, American All I know is what I hear about you You bodyguard for the Brancos They are all dead You help the poor Today, many of them dead You are a proper American hero At least I fucking tried Well done with your effort The whole city is grateful The great American savior of the boom That's right You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture Is helping anyone? Legitimate You're stealing people's organs We think for everything We have the record Oh, so people can sell their livers Their hearts Their eyeballs You're insane, you sick fuck We kept people safe in the city Decent people Safe I know a lot of powerful people Well, your powerful people Aren't gonna help you out of this one, buddy Come on Come on da runtergeflogen, bin ich Idiot. Und jetzt hat er wieder den scheiß Revolver in der Hand, der war unglaublich, oder? Das war nicht so, um Kinder C4 oder was. Schießt denn 10 Schüsse, Junge, aus 1 Meter Entfernung mit einem Maschinengewehr in den Körper rein? Tja, schon wieder so eine Scheiße. Jetzt haben wir irgendwas an die Rübe geflogen, oder? Ach, come on, ey. Was für eine Sau. Das war halt so. Und die Waffe hat überhaupt kein Power. Das gibt's doch nicht, ey. Die stärkste Waffe, die ich bis jetzt hatte, mit dem Barret. Aber es taugt nichts, das Ding. Ist der Hammer. Oh, come on. Gut, oh, oh, witsch, daskernos zu. Ja, wir gucken auch schon wieder, warum auch jetzt so eine Verwundung, weil da hinten eine Explosion war, ist doch echt eine Scheiße. So absurd echt. Geh weg, so. Du weißt, dass das Schwinze ein Fallschirm runter. Hä? 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 Oh mein Gott. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, ey. Ich bin jetzt hier zweimal verreckt schon. Ich habe keine Ahnung, verdammt. Boah, was ist denn das für einer? Was ist denn das für ein Halbschuh, ey? Oh, Max, hebt dein MG auf, aber zackig. Oh, Mann. Was ist denn das für ein Halbschuhl? Ja, ich liebe es. Es hat sich auf mich gefühlt. Ha, 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 ha. Schön, zu sehen, dass du glücklich bist, Miley. Ha, 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 ha. Was ist das für ein Halbschuhl? Für die Ausgabe von der Verkaufung der Menschen? Ja, das wäre perfekt für dich. Was bist du? Ich weiß nichts über Menschen, Mann. Victor und Marcelo haben versucht, Rodrigo eine Lehre zu erzählen. Verstehen Sie, die Brustring und die Familie. Sie haben mich zu bemerken, um es zu tun. Du willst sterben? Ich komme zurück für dich. Ich habe mein Bestes gemacht. Ich habe ein Kind, Max. Ich muss gehen. F*** dich. Sicher, später. Jetzt, lass uns gehen. F*** dich. F*** dich. Jetzt, lass uns gehen. Das Ding funktioniert. F*** dich. F*** dich. Das sieht so aus. Wo ist dein MG, Mann? Oh, lässt er wieder das Ding liegen. Das ist ein schöner Barret. Oh, Glück gehabt. Warum nicht sind die Leute noch rausgekommen, Mann? Ah, ein fetter, schlecht gelauneter Glatzkopf. Das war echt eine krasse, krasse zwei Stunden. Das ist eine schwere Familie. Vielleicht. Ich... Ich... Ich wollte nur sagen, danke dir. Für uns eine Chance zu leben. Ich meine, als Familie. Ich hoffe, das alles funktioniert für dich. Für alle von dir. Danke. Nicht zu lange. Das war's. Ich bin, Mann. Das war's. Wie geht's euch? Ich weiß nicht. Vielleicht zurück in New York. Vielleicht in Argentinien. Giovanna hat Familie in Salvador. Vielleicht bleiben wir da. Ich habe ein Business, um zu beachten. Ich verzei mich, dass ich dich in so schlussend. Ich weiß, ich habe dich in das. Ich weiß, dass es sehr falsch ist. Es ist gut, es ist gut. Und hey, ich habe mir einen Spaß mit dem Zeitpunkt. Vielleicht ist das wie die Dinge muss sein. Ich denke, dass ich besser sterben in der Sonne und sterben in der Schnee. Schau, ich bin sorry, ich gehe. Ich habe ein Kind kommen. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, ich... Ich habe fast nicht zu dir gesagt, ich sagte zu mir, vielleicht dieser Mann wird ein Blut in mir. Vielleicht werde ich. Aber nicht jetzt. Danke. Ich versuche nach dir, Max. Leben ist wert. Wenn du so gesagt, Pau. Ich dachte, ich gehe nach dir, dass ich einen Gebet. Nicht er. Du bist bereit? Ich denke. Okay. Ich habe... Ich habe... Ich habe... diese Informationen, die du hast. Es ist nicht sehr schön. Was ist das? Es ist die Ufe. Der famous Mr. Becker. Freund von Victor Bronco. Ja. Ich habe einen Beitrag mit seinen Wettbewerden. Und der Beitrag. Ein Mitarbeiter, natürlich. Und? Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Das war bekannt. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Das war bekannt. Das war nicht bekannt. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Das war sicher. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Da Silva hat mich gezeigt, dass ich in den 10.00 Uhr corenteile hatte. Ich hatte sicher, dass ich auf die Szene und bereit war für meine Zeit. die man immer noch mit der waffe waffe ich auch keine wohl gefesselt ist mit die angst haben der spanisch kann ist klein vorteil und portugiesisch weiss nicht wo spielten das die homo ist was ich Ich bin hier. Du bist hier. Ist das hier passiert? Da ist es, was du? Da ist es, was du? Du bist hier. Hör, du bist hier! Ocht! Du bist hier! Hör! Du bist hier! Du bist hier! Denken da ein, Mann! O, o, o! Hör auf eine Seite! Es war eine andere Sache! Ich habe mir alles geblieben. Wir haben uns über das Ding da. Wir haben hier das Ding, okay? Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Hey, what are you doing here, huh? Asked you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? You're doing here. You're doing me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Stop. 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 Open position. Absolutely perfect. And it's about 9, 10, 11. Why do you know nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was going to have to face the music sooner or later. Dicht, wa? Wo geh dann eigentlich hin? Alles zu? Ja. 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 Oh, oh, guck mal. Da liegt ein ganzer... Oh, da ist dieses Pflänzchen auch gleich dabei. Da liegt der Pulver auf dem Boden. Oh, da ist dieses Pflänzchen. Das ist das Pflänzchen. If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense Da Silva had pulled, it seemed to be working. We have to go to the police. Please, please. I have to ask you one question. We have to go to the police. We have to go to the police. We are gonna go to the police. I knew there was a gun. It is everything I would say. This is the gun. Man, you're here to the police before the police. You'll get another gun. In any way. That's it. Nein, der hat halt Pech jetzt gehabt. Ich wünsche mir was los hier an dem Knast, ha? Mach voll in die Fresse rein, he? Wow. Scheiß korrupte Schweine, ha? Los nach oben. The last few prisoners were trapped in here and more impressively. Seemed I was too. Ich guck den schieße ich voll ins Mauer rein, guck mal schon wieder, zwei Kopfschüsse der Da steht auf, wie nix, gell? Ich werde noch eine reinschießen in die Rübe hier, nisch? Da steht sonst doch noch auf, der Arsch. Ist ja das Leckerliche. Toll, jetzt ist meine Automatics leer. Nix. Hm, Brasilienzimmer, also, okay. Ah ja, wir haben aber 80 Stück. 80 Kugeln, da kannst du was mit anfangen. Ah, du ne scheiß Schroder. Ne, zum Fressen haben sie genug. Ja. 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 Klasse Schweinebohlen. Wo ist der Knopf? Security Knopf. Ja. 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 Oh no, die Kaien. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Oh nein, was macht denn der schon wieder? Das ist ja ein Dämmlack manchmal. Gut, der steht schon wieder auf, ich füge ich dreimal in den Morden rein. Das ist ja ein Dämmlack, das ist ja ein Dämmlack, das ist ja ein Dämmlack. Dämmlack, das ist ja ein Dämmlack. Das ist ja ein Dämmlack, das ist ja ein Dämmlack. Das ist ja ein Dämmlack, das ist ja ein Dämmlack. Das ist ja ein Dämmlack. Das ist ja ein Dämmlack, das ist ja ein Dämmlack. Nein, schmeißt es wieder hin, du behindert. Ja, kein Auto mausen. Ja, kein Auto mausen. Und dann habe ich mich überrascht. Die Bord! Wo ist der Taktion? Der Bord! Wo ist der Taktion? Der Bord! 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 Fuck off, ey. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Oh, ich bin hier noch nicht. Ich habe mir einen Flick, ich habe noch gegen das Ding, aber... ...und ich habe ihn nicht. 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 Ich habe ihn nicht mehr Zeit bekommen. Hmm. Ist nicht alles einfach. Ah, scheiße. Ich bin nicht ins��Class. Ja, ich bin nicht ins Sch losses. Aber der einzige Freund, gegen den ich in der Stadt classics habe. Das war's für heute. Das ist mein Mann! Das ist mein Mann! Das ist mein Mann! Geh, werdet ihr? Geh, werdet ihr? Hm. Hm. Da sind sie bestimmt in die Glatze geschnitten, ne? Becker's blood money from the good doctor. Serrano had cancelled one side of that transaction. The other was on me. Serrano ist ein guter Schinken. Sie kamen von der Kontrolle. Sie sahen sich die Kameras noch weiter. Sie kamen von der Kontrolle. Sie sahen sich nicht mehr. Ich will schon mal ein Trimmer, ein Medi-Pack. Haha. Es sahen sich, die Prisonerinnen sie ihnen ein Geist für ihre Geld geben. Das ist das, wenn man einen roi-das-und-Half-Wit-Kommando-Uniform mit Spezial auf der Fronten und ihn mit dem anderen in einem Tank spielen mit Soldaten. Sooner oder später, jemand wird entscheiden, dass er nicht so speziell ist. Es gab viele mehr im Elevator wie sie in Fallujah fernern. Und natürlich, sie waren in meiner Richtung. Ach, Mann, ey, der ist so träge, Mann. Der Vogel manchmal. Warum hat er wieder diese scheiß Pistole hinterhalten? Das verstehe ich auch wieder nicht, ey. Nein. Komm schon! W**t! W**a ist unsere Instanz! W**a ist es wichtig! W**a ist ein feu! W**a ist es in der Versuchung, wer ist nicht so pave? Ich bin der Beste! Ich bin der Beste! Das ist völlig blöd. Ich habe gesehen, die Elevator-Doors waren ört. Was ist denn jetzt besser? Na ja, ganz klar das hier, oder? Ich sollte mir was mitnehmen, na ja, guck mal. Diese Squad hatte ein paar Habiten ihrer eigenen. Kurz vor Spielende, du. In den letzten Kapiteln, da kriegst du dann irgendwann mal die Waffe. Zumindest die Goldene. Aber ich habe sie ja noch nicht mal. Bisschen Scheiße. Wenn ich eine Sache gelernt habe, seitdem ich in Sao Paolo war, war, dass ich und die Lokale Elevator waren nicht eine gute Kombination. Und wir haben diese scheiß Pistole in der Hand, echt. Das kann doch nicht wahr sein, echt. Oh, die Scheiße. Na kommt schon mal, die Arschlöcher. Das ist schön. Das ist schön. Genau. Ja, beweg dich mal. Irgendwie ist das Beschissen zum Zählen, das Ding. Total beschissen, zum Zählen, ohne Witze. Oh, ne, oh, ne, ich hab dich gekackt, war viel in der Hand. Oh ja, ich hab diese Scheißknarre immer, die ist doch echt richtig kacke immer. Ah, so ein Drecksteil immer, ohne Witze. Oh Mann. So eine Scheiße, Leute. Könnte ich nur dieses Ding nehmen, ne. Hat einen Haufen Munition, aber ist der größte Scheiß. Boah, jetzt hat's so ein rotes Licht immer. Oh Mann. Da fehlt aber ein Aimpunkt. Du hast nix, kein Fadenkreuz. Das ist nix. Oh, jetzt hopfst du da drinnen, wo der Idiot. Ach du Scheiße, echte. Okay. Da sind acht Schüsse drin. Oh Mann. Oh Mann. So Sieangen. So trennt sich. Oh Mann. ăe. colter room. Oh! 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 O casqueta. Oh! Das geht doch nicht, oder? Was ist denn los mit dem? Mein Juno! Wo ist das denn losgegeben? Jetzt ist zu, äh... Ein gutes Scheißding, weil ich irgendwann habe, die Patronenkompatibel sind. Und das war ja echt die letzte Gurke. Kein Wunder, haben die mich nicht getroffen. Was ist mit dem hier? Ah, zu wenig, zu wenig. Aber ein bisschen Musik machen. Hä? Gibt es da noch was für mich? Was ich brauchen kann? A-U-P? Mhm. Was ist das? 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 Das ist der einzige Painkiller, Mann. Das sind doch Bullen, die haben doch bestimmt Daurenkopfweh. Mit den Köpfen. Mit den Eierköpfen. Was ist das? Oh, jetzt kommt da eine durch, Junge. Ist sie zu fett, oder was? Nicht ein Painkiller in dem Riesenbüro. Ja das ist das. Glauben nicht, was ist das? Oh! Pul essence nicht, ich war nicht der in Korpsen in Brasile. Aber das war, wo ich war. 5.000 Meilen von einem Haus, die ich nicht zurück konnte, auf einer anderen Suicide-Mission, um ein Bisschen, das nicht sogar meine war. Wo ist die Fresserei? Die Fresserei sahen, wie die Gäste in der Krieg. Sie haben wirklich ihre Geld verdient, aus dem Problemen zu mir. Mein altes Freund, Serrano. Wir waren beide blöden in dieser Sari-Circus. Ein Teil meines Erachtens hat er aus dem Hotel zu sein. Ich habe nicht erkannt, den Mann. Vielleicht war es das neue Schlump-King, die Da Silva hat gesprochen. Ich habe nicht erkannt, dass ich den Ufe die größten Wunschung Ich habe nicht viel getan, um die Reputation der Amerikaner über die letzten paar Wochen zu verbessern. Und da waren sie. Meine illustrieren Arbeitnehmer. 3 mitten, und immer wieder. Ich würde 4 für 4 gehen. Kein von diesem wäre gut gewesen. Und ich war gut. Paul Passos. Seten nach Norden zu finden, ein Washed-Up Gringo. Er war schwer und zu spielen. Boy, hat er immer geliefert. Ich bin hier nicht mehr. Er war schwer. Ich bin hier nicht mehr. Ich habe mich da reingeschossen in diese Typen und die stehen beide noch da, wie wir nichts gewesen wären. Zwei Magazine von zwei Bullen, das ist ja wohl echt ein Witz, oder? Nächster, schau rein stürmen, liegen bleiben, da unten liegt auch noch ein Gewehr, du. Oh, wo bist du, wie deine Rübe sehen? Was für eine blöde Tür, irgendwie. Das ist eine Patronen an Munitionsverschwendung, das ist nicht mehr feierlich. Was erwarten kann man? Oha, hier liegt lauter Gift und so rum. Ich hab nur liegen, du Sack. Tschüss. Da liegt auch an einem Tepport, äh, ja, genau. Oh. 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 Oh, das glaube ich jetzt nicht. Hey, was soll das? Oh. Oh. Oh, Mann. Das ist super. Ich hab grad mal Zeit zum hoch- und runterlaufen. Oh. 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 Tear gas. Das war nicht gut. Ich musste einen Weg aus dem Stairwell und schnellen. Das war ein Verzicht von Zeit. Die Türen waren alle gelockt. Es musste etwas anderes sein. Meine Augen und Beine verbringten. Aber ich konnte wenigstens breathieren. Ich versuchte, welche Richtung ich in die Richtung bin, als ich etwas mehr Brasilianer Architektur descubrierte, die nicht für die amerikanische Physik zu haben. Brasilianische Architektur ist nicht für... Die Amerikaner oder die dicken Amis geschaffen. Hat er irgendwas gefaselt. Wie geil. Jetzt ist wieder meine Waffe weg. Ist ja klar, weißt du. Oh man. Jetzt muss ich jetzt wieder einen entwaffnen. Da war es. Die Tape aus dem Bronco Sicherheitssystem. Ja. It was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeier. Beckers right hand man. Bachmeier. His time would come. Him and Becker. Der deutsche Namen wird angenommen, ha? Die Bösen. Ja, die kann man immer nehmen. Bei Bond und überall sind die Deutschen, die sind überall recht als Bösewichte. Die alten Faschisten, ha? Denken die überall. Voll assi. Ich habe genug gesehen. Es war Zeit, um diesen Schmerz zu Ende zu bringen. War toll. Echt. Was ist das? 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 Das ist scheiße, echt. Oh man. Was ist das? 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 Oh mein Gott, ich habe mich die MP ohne, let's say. Guck mal an, wie viel der da hinten frisst, oder? Ich muss echt zehnmal in die Rübe schiessen. Ich muss echt zehnmal in die Rübe schiessen. Ich hab noch nicht mehr auf die Rübe schiessen. Ich fühle mich, dass ich nachdenke, dass es vielleicht eine Revenge für etwas anderes war. etwas, was tief in der Vergangenheit gegründet wurde. Sie hatten ihre Körperarmor, ich hatte meine. Was gibt's denn da? Da hast du wenig Ammo noch. Das ist scheiße. Ich will das Schützweste nehmen. Aber etwas hat mir gesagt, dass dieses Schützweste nicht durch das Warm-up-Akt war. Oh ja, die Sicherheit zu eröffnen. Mehr die Sicherheitseite. Scheiße, ja. Das war's. Rodrigo, Giovanna, Passos. Jeder, die mir nichts war, war weg. Wie so viele Mal vorher, ich habe mich allein gefunden. Locked in einer Kursung der Destruktion. Das war mein Schmerz, als ich am besten war. Das war's. Was ist das? ich dachte schon sich ihre weste hebt was scheinbar noch nicht scheinbar doch nicht so gut der der body armor i had mine im scheiß trainings ding das war ein call of duty beim training ein schuss Sehr gut. Geh! Ah! Oh, Mann, ey. Was ist das für eine blöde Ansicht, oder? Oh, ich seh nix, ich bin ja voll behindert, oder? Oh, die behindert ist denn das gemacht, Junge? Da spiel ich die Schüsse ab, weil ich sie sehe. Oh, Mann. Ich hab den Verdacht, dass die irgendwann mehr in den Rücken schießen wollen. Boah, mega Schädelloch. Mega Loch in der Rücken. Ich fühlte mich, wie ich in den Rücken schreitze, entfernt von der Wahrheit. Ich musste nachdenken. Speziale Fortschritte. Painkillers. Geh zurück du Eierkopf. Was ist denn los? Geh in Deckung. Meine Fresse. Was ein Damnlack. Gute an! Gute an! Geh in Deckung. Ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gut. und guckt da in seine dicke liebe schweinezüchter hier mit der schrotflinte gut sie fix hier einladen was geht das ist rotflinte ja gott sei dank guck mal da hinten ne 5 6 7 5 7 fehlschüsse nur das ist gute quote und die dinger sehen aus wie beim alten Max Payne die Painkillers mann eher voll das Metallding an wie krass background backmire scheiße echt das ist nicht gerade Da rüber. Die Puta. Zwischen da, hei. Seh wo der hingeschossen hat, der von der Tio. Ohne Witz. Wo schießt der? Ich seh den gar nicht. Der trifft mich. Obwohl ich nicht seh. Obwohl ich mich gar nicht seh. Scheiße, ich hab fast keine Muni mehr. Alter, Falter. Scheiße, ich hab fast keine Muni mehr. Alter, Falter. Ich hab fast keine Muni mehr. Schuss, ich hab fast keine Muni mehr. Entschuldigung! Ach komm ey Ist doch scheiße man Ach komm Ach Ach komm 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 Ach Das warquere, das warquere! Geh diesen Mann aus meinem Schuss! Ich bin in den Schuss! Du kannst nicht gegen ein Exército kämpfen! Du bist verdammt! Oh, wie ist das denn? Sie, meine Vennenten, das verdammt! Alles아듣te, du weißt! Es ist meine Position auf, meine Position! Hier! War das der Kamikaze im Griff, oder wie? Ne, scheiße, Mann. Nein, nicht die mitnehmen. Sie Amerikaner lieben zu interferieren, Dinge, die Sie nicht verstehen. Oh, ich verstehe viel, scheiße. Wie dummer kann ein Mensch sein? Ich hoffe, ich bin derjenige, die Sie töten! Das Ding nachlädt, muss ich weg. Ich gebe Rodrigo meine Regards! Das Zeilen Tiles sahen, aber es war ein Schuss. Ich denke eine Waffe kann, aber keine Waffen es gibt. Ich denke ein oder zwei Magazinen, sehr cool die Waffe. Ich denke ein paar Waffe, keine Waffe, keine Waffe. Hmm. Feuerschutz-Games, schnell rein. Feuerschutz-Games, schnell rein. Feuerschutz-Games, schnell rein. Feuerschutz-Games, schnell rein.